Längst sind wir Teil eines gewaltigen Wandels. Keinesfalls als Getriebene, sondern wir verstehen uns selbst als eine treibende Kraft. Felsoma baut mit am Motor einer unumkehrbaren Bewegung. Wir sind voll Begeisterung vorangegangen, haben nicht lange gezögert. Mit vibrierender Neugier und mutigem Pioniergeist haben wir die Chancen ergriffen. Heute sind wir stolz darauf, das Rennen von der Spitzengruppe aus beobachten zu können. Mit Technologie, die vor kurzem noch visionäre Züge trug, sind wir heute auf Du und Du. Wer seine Verantwortung ernst nimmt, klagt nicht über die Grenzen, welche die Natur unseren bequemen Gewohnheiten setzt. Im Gegenteil, diese Herausforderungen entfachen eine ganz neue Dynamik. Felsomat ist jünger, hungriger und fantasievoller geworden. Als Team erleben wir die Faszination zukunftsweisender Mobilität. Und es ist definitiv E-Mobilität. Wir sind schon ganz weit vorne, dabei entdecken wir gerade erst jenes umwerfende Beschleunigungspotenzial. Wir wachsen stetig und dabei immer wieder über uns hinaus. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich für diesen dynamischen Wandel. Überall an den internationalen Felsomat-Produktionsstandorten. In den USA, genauso wie in China und in Indien. Und natürlich hier in Deutschland am Fuße des Schwarzwalds. Wir sind Felsomat. Motor einer neuen Mobilität. Motor einer neuen Mobilität. Motor einer neuen Mobilität. Untertitelung des ZDF, 2020